So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Eigentlich ist heute ja Montag, normalerweise wäre Max Out Monday dran. Mein Ziel war es ja 100% Kyogre auf Level 50 zu pushen. Ich habe noch nicht alle XL Bonbons zusammen. Ich wollte heute ab 15 Uhr ja nochmal Rates für Zuschauer machen mit Kyogre, wo ich dann selbst mich auch mal ein bisschen dazu einladen werde. Auch für Interaktionen mit euch und um die restlichen XL zu füllen. Deswegen gibt es heute auch keine Zuschauerwünsche bei Max Out Monday, weil es ja keine Max Out Monday Folge ist. Die verschieben wir einfach auf nächste Woche. Chill mit Ramses ist heute Abend ja auch nicht da, weil wir ja die Rates machen wollen. Das war ja alles angekündigt, sodass Kyogre trotzdem zwei Raid-Streams bekommen hat. Ich habe mir das jetzt mal hier rausgenommen und habe gedacht, ich zeige euch aber um 10 Uhr jetzt eine Folge mit der GO-Fest-Ausbeute und dem Fazit zum GO-Fest. Denn am Wochenende war ja das GO-Fest. Wir waren in Gera. Ich bin mit Pupsi nach Gera gefahren. Die Andrejka und Jena waren dann vor Ort beim Thomas. Ihr kennt ja alle den Thomas. Thomas Rote. Wir sind da also zusammen rum. Da war noch Kollege dabei aus Stendal von Andrejka. Und es waren zwei Tage, die unterschiedlich nicht hätten sein können. Und ich muss erst mal im Vorfeld sagen, Gera, richtig coole Stadt, richtig schöne Stadt, richtig gemütliche Stadt gleichzeitig aber auch. Und wir haben so viele Pokémon-Go-Spieler gesehen, die da rumgelaufen sind, immer in Grüppchen. Das hast du hier nicht. Das hast du hier einfach nicht mehr. Deswegen habe ich, genau deswegen habe ich gesagt, ich möchte, wenn das GO-Fest ist, ich möchte unbedingt, dass es wieder irgendwo vor Ort ist. Und selbst wenn es weltweit ist, dass ich irgendwo hinfahre. Und das haben wir gemacht. Und Grüße gehen raus erstmal nochmal an Thomas. Super Gastgeber, wunderbar. Übernachtung, alles wunderbar. Hat einfach mega Spaß gemacht, den Thomas da in den Arm zu nehmen und zu knuddeln. Videos werden noch folgen. Es wird einen Gera-Flog geben. Es wird ein GO-Fest Tag 1 Video geben. Und es wird ein GO-Fest Tag 2 Video geben. Trotzdem möchte ich jetzt aber schon mal die Ausbeute zeigen. Wen das wirklich interessiert, der guckt sich auch die anderen Videos dann trotzdem an, wie wir dann da vor Ort gespielt haben und wie es in Gera aussah und alles. Grüße auch an die Andrejka, die sehr großzügig war und uns da auch zwischendurch auf einen fetten, brutalen Burger eingeladen hat. Und den bezahlt hat für alle, die Leute eingeladen hat. Da auch nicht selbstverständlich natürlich. Und die auch mal kennengelernt. Shania kannte man schon, musste nicht erwähnen. Aber cool, dass Shania auch dabei war. Da hatte man jemanden mal, mit dem man auch mal ein Bierchen trinken konnte, sozusagen und alles. Und Pupsi war dabei. Für Pupsi war es wohl alles am schlimmsten. Die ist ja nicht so die krasse Pokémon-Spielerin. Hat aber dann trotzdem immer mitgemacht. Und hatte irgendwie plötzlich mehr Bock eigentlich, als ich das erwartet habe. Und wollte dann schon von dannen ziehen, jedes Mal. Und ja. Trotzdem, coole Stadt, coole Zeit. Gerne wieder natürlich. Also wenn sowas weltweit ist, meinetwegen immer ab zum Thomas hin und her. Vielleicht kommen auch mal andere dazu. Jetzt möchte ich euch erstmal zeigen, ich kann gleich vorweg sagen. Wir haben 8 Stunden gespielt am Samstag, wir haben 8 Stunden gespielt am Sonntag. Die Ausbeute war mies. Mies und miserabel. Trotzdem werden wir heute alle Shinies entwickeln. Alle neuen Shinies, die es gab. Und ich habe alle Shiny-Familien voll. Erstmal möchte ich euch die Hunderter zeigen. Wenn wir hier reingehen, dann geben wir 4 Sternchen ein. Da gab es ganze 200%ige Pokémon beim Go-Fest in Gera. Und zwar gab es am ersten Tag dieses Pundigama. Guckt euch das an. Ist das nicht cool? Warum das Pundigama heißt, werdet ihr dann im Video erfahren. Fördersechster, Gera, Thüringen, ein Pundigama, 100%. Und das müsste dann vom 5.6. sein, nämlich das Bronzel. Und das Bronzel war auch ganz speziell. Das war nämlich kein wildes Bronzel. Und deswegen, im Video werdet ihr auch sehen, wo dieses 100er Bronzel herkommt. Sind auf jeden Fall zwei kleine Andenken. Finde ich richtig cool. Ansonsten, wie viele Hunderter habt ihr bekommen in diesen zwei Tagen? Das ist alles legit, ja. 8 Stunden vor Ort rumgerannt, sich den Arsch aufgelöst. Aber es hat Spaß gemacht. Und das ist dieses Feeling, was ich früher hatte, was die ganze Zeit gar nicht mehr da war. Was hier gar nicht mehr möglich ist. Aber wenn du woanders bist, größere Stadt, wunderbar. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr auf Berlin. Was viele jetzt aber interessiert sind natürlich die Shinies. Wenn wir bei Shinies reingehen, da muss ich euch gleich zeigen. Das sieht gleich viel aus. Aber, passt auf, der große Unterschied. Dieses Pupanz gab es in Gera. Am ersten Tag des Go-Faces ein Pupanz ist jetzt nicht weiter wild. Hatte ich ja schon. Dann haben wir ein Giraffaric gefaggen. Aber hatte ich ja schon. Dann gab es noch ein Giraffaric. Aber hatte ich ja schon. Dann ein Schnuthelm. Das war erstmal ein kleines Highlight. Weil es ist ja neu eingeführt worden als Shiny. So viele Schnuthelme angeklickt. Nichts bekommen. Dann Schnuthelme hier bekommen. War für mich super. Hat gepasst. Wunderbar. Schnuthelme habe ich mich erstmal gefreut. Pets lief auch noch dabei. Weil, und das war alles eigentlich am ersten Tag. Acht Stunden spielen. Acht Stunden spielen für eins, zwei, drei, vier, fünf Shinies. Da soll nochmal einer sagen, ich habe acht Stunden gespielt und habe nur 20 Shinies, voll miese Ausbeute. Nein, Mann, Junge. Es gab Leute, die haben wirklich nur einen Shiny bekommen in acht Stunden. Und das sind acht, das sind fünf. Ich freue mich auf das Neue, was ich da hatte. Und ich habe ja auch von Anfang an gesagt, so blöd es jetzt klingt. Für mich zählt nicht die Ausbeute. Für mich zählt einfach dieses Erlebnis, zusammen mit anderen zu spielen. Zusammen mit anderen zu spielen in einer Stadt, die du nicht kennst. Wo viele andere Spieler vielleicht auch sind, wo du was siehst. Und alle das stand für mich im Vordergrund. Also selbst wenn ich kein einziges Shiny bekommen hätte, hier legit. Dann wäre das eben auch so gewesen. Die sind seitdem dann da, werden eingeführt. Das kommt ja alles nach der Zeit. Wenn ihr alles immer direkt habt, dann habt ihr ja, wenn andere Events kommen, sagt ihr, oh langweilig habe ich alles schon. So hat man ja bei anderen Events immer wieder die Möglichkeit, was zu bekommen, was man bei der Einführung nicht direkt bekommen hat und hat immer noch weitere Ziele. Also macht euch keinen Stress. Lasst das immer langsam angehen. Hier ein Schnuthelm also. Und dann ging es weiter am Tag 2. Da muss ich kurz ein bisschen scrollen. Tag 2. Low Cups. Und das war das einzige Shiny in 8 Stunden am Tag 2, was ich bekommen habe. Aber es ist ein neues Shiny. Fünfter, Sechster, Gera. Super Sache. Und sieht auch wirklich richtig genial aus. Muss man schon sagen, oder? Ja, wenn ihr Ramses kennt, der weiß, der hat natürlich andere Möglichkeiten auch noch. Und deswegen habe ich gedacht, ach komm, da hast du so viel Geld bezahlt, ne? Du willst es effektiv nochmal machen. Hab meinem Kollegen in Hawaii Bescheid gesagt, ey Bruder, 22 Uhr, bei uns kommt gleich Wrestling. Wir wollen Wrestling schauen. Hast du Bock, meinen Account noch zu spielen? Hat Bruder gesagt, ja klar Bruder, du bist Bruder. Ich bin Bruder. Ich spiele Account. Und nochmal 8 Stunden Hawaii. Und da gab es halt, wie man sieht, deutlich mehr, deutlich mehr Ausbeute hin und her. Also es ist klar ein Unterschied zwischen Let's Shit spielen und wenn der Bruder für dich spielt, ja? Aber mir war es egal. Ich hatte trotzdem einen schönen Tag. Ich hatte einen coolen Tag. Es hat Spaß gemacht. Wir waren abends noch essen, sonst was hin und her. Und das ist ja das, was ihr erlebt, wenn ihr nur zu Hause auf eurem Sofa sitzt und euren großen Bruder spielen lasst. Dann habt ihr vielleicht alles, aber ihr habt trotzdem nicht so ein cooles Erlebnis. Das, was die Spoo vor allem mal sagen, wegen dem Berlin-Ticket vielleicht. Boah, Berlin kaufe ich mir nicht viel zu teuer dieses Ticket für die zwei neuen Shinies, die es da gibt. Spielt doch nicht wegen den Shinies. Ihr solltet eigentlich spielen, um an dem Tag in dem Park ein überkrasses, geniales Erlebnis zu haben. Mit 1000 Millionen Spielern vor Ort aus allen möglichen Ländern. Mit Leuten, die ihr vielleicht übers Spiel kennt, aber noch nie live gesehen habt. Dort vor Ort antrefft. Die aufbauten, die Habitade, die ihr live dort sehen könnt. Das wäre dann selber noch nicht wahr. Der hat einfach wirklich keine Ahnung davon. Der kann sich das nicht vorstellen. Ich war schon da. Safari-Zone Dortmund. GoFest Dortmund. Und ich wusste, sobald irgendwas vor Ort ist, ich gehe hin, egal wo. Jetzt ist es in Berlin, mir egal. Ich gehe da hin. Ich bin da live vor Ort. Ich könnte auch zu Hause sitzen und von zu Hause aus spielen und hätte wahrscheinlich mehr Ausbeute, bessere Ausbeute, als wenn ich vor Ort gehe. Aber ich möchte vor Ort. Und das ist nochmal ein großer Unterschied, den die meisten nicht sehen. Die halt einfach nur sagen, ah, cheater, fertig, bäm. Nein, ich möchte ja. Ich möchte, wenn ich kann und darf und das passt. Ich möchte, ja. Ich habe mir direkt Ticket gesichert für Berlin. Habt ihr auch Berlin-Ticket? Schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt aber. Wir müssen es mal nach und nach angehen. Kamaub. So. Kamaub war neues Shiny. Wir haben hier das kleine Kamaub. Wir haben hier das große Kamaub. Wir werden das große Kamaub jetzt hier entwickeln im Video, denn der große Bruder hat alle Shinies gekauft, äh, gefangen. Die werden wir jetzt durchentwickeln. Angefangen mit Kamaub, was halt... Boah, Lila. Ist das ein Lila? Kamerupt. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Dann haben wir, was war noch neu? Knilz sehe ich gerade. Dann gehen wir mal auf Knilz. Knilz. Klein, ne? Hier Knilz groß. Mach mal ein K-Pilz draus. Entwickeln das auch mal durch. Theoretisch gab es ja sechs. Neue Shinies. Obwohl, wenn man das Incognito B mitzählt, gab es eigentlich sieben. Ist ein bisschen kompliziert. Ihr dürft nicht die Entwicklungen mitzählen. Ihr müsst nur sehen, wir haben Kamaub, wir haben Knilz. Sind zwei. Mit Entwicklung ist egal. Hin und her. Es gab Pikachu. Pikachu gab es. Ein einziges bekommen. Ein einziges. Aber reicht. Ihr braucht nicht 50 Stück. Obwohl, bei 50 Stück hätte ich wieder fünf verlosen können. Schabe ein Pikachu. Reicht. Sammlung ist da. Was war noch? Schnut. Schnuthelm. Zwei Stück. Nämlich das und das. Das heißt, das kleine lassen wir es so. Das große werden wir wieder entwickeln. Ist eine Tauschentwicklung. Egal. Das ist nichts getauscht. Hier. Das wird direkt einfach entwickelt. So wie es ist. Schnuthelm. Also Schnuthelm. Knilz. Kamaub. Pikachu. Fehlt noch Milza. Und ich komme nicht drauf, was der Rest war. Wir werden es gleich noch sehen. Hydragil. Ja. Klingt wie irgendein Shambu oder sowas. Hm. Hm. Milza. 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 Bevor du dran bist, ist ja jemand anderes dran. Was war denn noch? Was war denn noch? Ah. Laukaps. Laukaps. Genau. Laukaps. So. Laukaps. Zwei Stück. Ein kleines. Und ein großes. Das große werden wir wieder entwickeln. Hast du also Knilz. Kamaub. Laukaps. Dann das Schnuthelm. Sind das vier. Dann hast du das Pikachu. Ist die fünf. Du hast das Milza. Ist die sechs. Und plus das Inkognito B. Was es ja vorher auch, glaube ich, noch nicht gab. U gab es schon. B gab es noch nicht. Also sieben. Und der kommt auf 13,37. Da müssen wir gleich ein Ding dran machen. Elite. 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 13,37. Warum nicht? Nehmen wir mal mit. Also gehen wir natürlich noch zu Milza. Milza. Und Milza haben wir hier. Kleines Milza. Mittleres Milza. Übrigens. Danke natürlich an Pupsi. Pupsi. Wurde eingeladen vom Hannes. Hat aus dem Raiden Shiny bekommen. Und am Ende hatte sie dann, ich glaube auch drei Shinies oder so. Und hat mir dann aber eins abgegeben, dass ich die Familie voll habe. Also Dankeschön an Pupsi. Kuss geht raus. Shinaya hat auch gesagt, wenn ich noch eins brauche, sie würde mir eins geben. Aber Shinaya, die soll die Familie auch voll haben. Pupsi ist das ja trotzdem nicht so wichtig. Sie sagt auch immer so öffentlich, wenn sie spielt, dann spielt sie ja meistens für mich, um mich zu unterstützen und mir zu helfen, dass ich da alles kriege. Braucht ihr auch so eine Freundin, die gerne für euch mitspielt. Jetzt hat man nicht nur einen Bruder, der in Hawaii spielt. Man hat noch eine Freundin, die neben einem spielt und dann auch dir was gönnt. Klingt doch eigentlich ganz vernünftig. Und mit Thomas an der Seite konnte eh nichts schief gehen. Da hatte man immer was zum Knuddeln dabei. So, Schafax habt ihr gesehen. Und jetzt natürlich hier noch das fetteste, brutalste, beste, größte. Dieses Maxax noch als Shiny. Als im Prinzip Abschluss. Der Ausbeute-Fazit-Sendung. Und das sieht auf jeden Fall cool aus. Sieht viel cooler aus als das ganz normale. 2953 Maxax. Habt ihr auch einen Shiny Milzer bekommen? Habt ihr irgendeins von den neuen Shinies bekommen? Habt ihr einen Shiny Eccognito bekommen? Ich bin gerade auf der Suche noch nach Shiny Eccognito B. Ich würde euch reich beschenken. Wer einen Shiny Eccognito B bekommen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Ihr könnt euch gerne bei mir melden, wer sich davon trennen könnte. Vielleicht habt ihr ja nur einen Buchstaben und sagt, lohnt sich eh nicht für die Sammlung, wenn ihr nur den einen habt und die anderen nicht. Ich habe theoretisch alle, aber mir fehlt das B. Ich würde so vieles für das B geben. Ich kann euch auch zwei, drei Shinies geben für das B. Ich kann euch einen Shiny Rabouts geben für das B. Ist ja auch ein seltenes Shiny, nur aus Eiern hin und her. Finde ich, sollte schon fair sein, würde ich euch auf jeden Fall gerne da behilflich sein, dass ihr nicht so überfordert seid. Dann haben wir noch kurz was anderes und zwar gab es ja auch noch Anego. Anego haben wir hier zwölf. Ich habe eigentlich, wollte ich nur die neun freien Pässe rausspielen für Anego. Jetzt ist es ein bisschen mehr geworden. Wir gehen jetzt einfach mal kurz hier drauf. Das war, glaube ich, das aus der Forschung. Weil in der Forschung gab es ja auch eins. Genau, Gera Thüringen. Die meisten sind ja hier jetzt in Gera gefangen. In der Nähe von Berlin stehe ich nicht. Gera Wolfsburg. Das ist ein 96er. Da müsste aber noch ein 96er kommen. Ich habe sogar im Stream, wir haben ja einen Stream gemacht. Das ist ein 93er mit Wetterboost, 28.03. Also da auch nicht übertrieben, nicht hier 10 Millionen Rates gemacht. Die meisten waren ja sonst wo unterwegs, in Zaragoza. Die haben da bestimmt 50 Rates und mehr gemacht, keine Ahnung. Wir ganz normal, ganz legit, ganz normal, ganz gechillt diesen Tag dann so angegangen. In dieser Hinsicht, was gerade auch die Rates angeht. Und ihr wollt natürlich auch noch das Shaman sehen. Und aufs Shaman gehen wir auch noch drauf. Das ist mein Shaman, was ich bekommen habe. Und das bewerten wir auch kurz. Hat also dann 13, 10, 15, auch für das Sechster in Gera. So, Seamus, was geht ab? Ansonsten war das eigentlich die Ausbeute. Hat Spaß gemacht, wie gesagt. Gerne wieder. Grüße gehen raus an Thomas, Andrejka. Oder Andrea. Andrejka, Andrejka. Genaya, Pupsi. Alle, die einen in Gera vielleicht gesehen haben. Da gab es einen Jungen, der auch gesagt hat, ey, bist du nicht Ramses? Ich kenne dich von YouTube. Grüße gehen raus, falls du das verfolgst und falls du das siehst. Ja, gab auch gutes Essen. Gab auch gutes Bier. Gab eigentlich tolles Wetter. Am letzten Tag, kurz bevor wir nach Hause fahren wollten, hat es dann angefangen ein bisschen zu nieseln. Wo wir noch einen Duo-Raid mit der Nego gemacht haben, aber das seht ihr alles noch in den Videos, in den ausführlichen und in den Vlogs. Und wäre cool, wenn ihr euch das reinzieht. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Schreibt mal eure Ausbeute rein, was ihr so bekommen habt. Und wie euer Erlebnis war mit dem Go-Fest. Ansonsten sehen wir uns 15 Uhr bei den Kyoko-Rades wieder. Und heute kein Chill mit Ramses, heute kein Max Out Monday. Das kommt aber nächste Woche alles wieder. Dann ist alles wieder normal. Die Go-Fest-Woche ist halt eine besondere Woche. So, peace out, vorhaut euer... Seamus, genau.